Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Du bist der Boss Sieht aus wie eine Art Lager Von hier haben sie vermutlich die Geisel Kommt, mir nach Und cool bleiben, hier unten gibt es Zivilisten Nette Bude Seht ihr diese Scheiße? Seidenvorhänge, Tafelsilber, Kristallgläser Scheiße, die haben auch ein Piano? Ich hab den falschen Job Lugo, still! Sorry Oh Gott, diese Soldaten wurden massakriert Nein, sieh dir die Anordnung an Das war eine Exekution Wie die Kabuler Todesstradronen Scheiße Ja Scheiße Ich hab die Kabuler Todesstradronen Ich hab die Kabuler Todesstradronen Hier ist wer Folgt mir und seid leise Wir machen so weiter Bis sie mir sagen Was ich wissen will Wie viele Soldaten sind beim Wasserdepot stationiert? Halten Sie sich ran, Agent Die 33. ist schon unterwegs Die Dammt wird sie nicht retten Als die Dammt desertiert ist, hat sie ihre Eier verloren Idiot Hier wär's friedlich Hätten sie nicht die Leute aufgestacht Wieder Soldaten zu töten Habt ihr gemeint, wir wehren uns nicht? Wir hatten es gehofft Die CIA fängt nichts an, was sie nicht beenden kann Das könnt ihr jetzt beweisen Ich sag nämlich gar nichts mehr Nein Was? Nicht feuern Die Waffe runter Sehe ich so dumm aus? Nein, und deshalb werden sie die Pistole woanders hinrichten Nehmen sie erst ihre runter Daraus wird nichts Haben sie einen Namen? MacPherson First Lieutenant Sie? Walker, Captain Wir fanden ihren Freund im Flugzeug Er sagte uns, wo wir sie finden Ach ja, wo ist er? Er hat's nicht geschafft Wieso wundert mich das nicht? Denken sie, wir haben ihn getötet? Hab ich nicht gesagt Sie sagen überhaupt nicht viel, Lieutenant Artikel 4, Captain Sprechen Sie mit meinem Commander Und wo ist er? Im Moment ist er vermutlich unten Ja, bestimmt Warten Sie doch hier Ich hole ihn Check die Leiche Lüg nicht CIA-Marken Scheiße Das hat uns noch gefehlt Du lässt ihn gehen? Wieso? Ich erschieße keinen US-Soldaten-Lugo Und wir können ihm zur 33. folgen Das war anscheinend ihr versteckt Zivilisten als Schutzschild nehmen? Nicht gerade eine heldenhafte Taktik Ist normal für die CIA Ja, aber US-Soldaten zu killen, nicht Ich kenn die nicht, aber sie sind von der CIA Da sollten die Werte ziehen Kontakt! Da kommt das in Deckung! Einer weniger Es waren Soldaten Welche von uns? Es waren Notpferden Das macht's auch nicht besser Soll's auch nicht Geh zurück Da vorne ist Tageslicht Das ist unser Ausgang Los Geh geblieben! Stehen bleiben! Stellen Sie sich selbst einen Gefallen! Was? Die dreifelischste Jagd Sivilisten! Attacke! Feuer erwidert! Sie töten uns, wenn wir sie nicht töten Los, feiern! Gebt mir Deckung, ihr Penner! Wir brauchen Verstärkung! Geht rein! Feuer frei! Zurück! Lagebericht! Delta kommt! Hier Alpha 3! Alpha 2 2! Hört ihr mich? Auwe! Los! Sperrfeuer! Weiter! Jetzt sind sie am Boden, die Arschlöcher! Verstanden, Sir! Gebt mir Deckung! Schwärmt aus und nehmt die Frontlinie! Alle Mann ausschrauben! Das sind Sie auch klar! Durchhalten! Wo bleibt die beschissene Verstärkung? Brauche Hilfe! Nein! Nein, son! Töten Sie! Feuer einstellen! Tucker's! Mach mir kurz! Wir sind im Weg von der CIA! Wir sind Delta cover! Wir wollen helfen! Was? Wir brauchen den Freutenden! Franky feiern Sie das! Geht einfach! Wir sind die Panasierer! Sie bewegen sich! Ich! Das ist nicht! Der Weg soll los! Deco! Ausweich! Schluz bitte in den Anmarsch! Scheiße! Hendons ist getroffen! Er ist ungedeckt! Leg ihn auf! Deco! Lade nach! Feuer! Feuer! Und bleib liegen! Da vorne ist Tageslicht! Das ist unser Ausgang! Los! Hier geblieben! Stehen bleiben! Bleibt da! Tun Sie sich selbst einen Gefallen! Was? Wie geil! Was ist denn hier? Miss-Attacke! Mosna! Feuer! Er wieder! Bleibt da! Bleibt da! Sie töten uns, wenn wir sie nicht töten! Los! Feuer! Gehen rein! Das ist unmöglich! Wir erleichtern die Verluste! Ein Schütz! Feuer einstieg! Wir sind nicht von der CIA! Wir sind Delta Force! Ihr wollt helfen! Scheiße! Sagen euch die Worte! Herr Glatt! Wir sind nicht von der CIA! Hey! Zeit zu sterben, CIA-Mann! Los jetzt! Scheiße! Bin unterwegs! Da kommt einer mit einer Schrotflinte! Los! Bewegung! Bewegung, los! Sie bewegen sich! Feuer! Das ist ein Befehl! Ich brauche eine Flenskrawatte! Einer ohne Dreckung legt ihn um! Brotter sofort! Feuer! 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 Er hat uns das verbunden! Mein Ziel überprüfen! Team Bravo! Warte da! Wir haben hier kein Befehl! Lass ab! Wir haben hier alle die Beine! Verdammt! Wir haben hier am Boden! Schrauben! Nicht möglich! Nicht möglich! Genug ausgeruht! Los! Angriff! Sperrfeuer! Renate fliegt! Gib mir die Druck! Sie brechen durch! Renate raus! Bewegung, du dämlicher Wichser! Beweg dich! Ah! Ah! Da! Feuer! Da vorne ist Tageslicht! Das ist unser Ausgang! Los! Hier geblieben! Stehen bleiben! Und sie sich selbst eingefallen! Was? Die 33. Jahrzeugewisten! Attacke! Mist! Feuer erwidern! Das ist unser Dappen! Die töten uns, wenn wir sie nicht töten! Los! Feuer! Die töten durch! Wir gehen auf die Zeichen! Die kommen da nicht mehr weg! Tötet sie! Feuer einstellen! Aufpassen! Wenn wir nicht mehr weg! Aufpassen! Ihr seid hier! Komm, komm, komm! Ich schuze! Chicken! Wird ihr nicht von der CIA?! Wir sind weiter vor! Scheiße, sagen wir euch die Worte Friendly Fire irgendwas? Herr! Ich schuze! Die von der CIA! Ich schuze! accumulate! CIA Man! Roger 22 Bravo! Rück Gewur! Nicht kmütlich! Aufpassen! Da kommt der Schumpf hinter! Er ist ungedeckt! Scheiße, Scheiße, Scheiße! Scheiße, 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 Scheiße! Scheiße, Scheiße! Scheiße, Scheiße! 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 Ich weiß nicht nur was ich den Mann kenne, mach das mal auf! Und euch stellen sich jetzt die gleiche Frage. Warum? Nun, ich möchte euch dasselbe fragen. Es gab keinen Grund für all das. Es herrschte Waffenstillstand. Ihr habt ihn gebrochen. Ihr hattet die Chance, euch zu ergeben. Ihr wolltet nicht. Wieso? Wieso habt ihr das gemacht? Ihr wolltet es so. Nicht wir. Das Einzige, was ich euch anbieten kann, ist es nicht. Es ist nicht das Perfekt im Abschluss. Da! Feind ausgeschaltet! Feind ohne Deckung! Ziel am Boden! Sie bewegen sich! Gebt mehr Deckung! Ich lade nach! Vorsicht! Sie kommen näher! Ziel am Boden! Feind ausgeschaltet! Feind im Anmarsch! Und bleibt liegen! Feind ist auf! ja, bis nach! Freiheit! Hier! Und bleibt liegen! Ja! Die Fl esas werden vorrecken! Für euch, wer auf! Jetzt sind wir hier! Jetzt sind wir hier! Vorsicht! Sie kommen näher! Marsch! All right! Head! Denkowell vorrücken! Ziel am Boden! Feind ist tot! Und bleib liegen! Gib mir Dekowell, ich lade nach! Feuer! 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 Geh raus! Granatwerfer! Auf uns! Geh rein! Feuer! Fall! Feuer! 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 Feind! Wasser! Geh runter! Unter! Bedrohung eliminiert! Vorsicht! Gegen, ob wir vorrücken! Augen auf! Da kommt eine Schrockflinte! Flinten und Kraft! Ihr Fangt! Schau! Wir gehen auf Leid, Leid! Ich lade los! Was soll denn? Steh es hin! Moskler! Feuer! Feuer! Ich hab einen! Ich hab einen! Ich hab einen Gefehl! Nein, ich hab einen Gefehl! Jetzt sind wir auf dem Boden, die Arflöcher! Wärmt aus und nehmt die Frontlinie! Alle werden aufschwärmen! Alle verschützen die Bravo-Serie! Der Fehler, halt unter mir! Angehörger! Die Verteidigungslinie auflaufen! Wechsel Position! Aufpassen, da kommt ne Schrotflinte! Feind bewegt sich! Geh nicht weg! Nicht zu groß! Das ist ne Deckung! Tankauer neutralisiert! Fuck, ihr Wimmelsenautomatata! Erledigt sie, so lange sie ungedeckt sind! Lass sie nicht entkommen! Hab einen! Nein, Mann! Das Spiel ist klar! Nein, nein! Geht sie auf drauf! Geht in Deckung! Geht nach unser Verdammt! Scheiße! Wir stark! Gleich Zeit! Magazin wechsel! Was ist da? Eine ist ungedeckt! Fing weiter! Geh weit! Ich bin weg! Feinden mit Schrotflinte unterwegs! Fass da auf! Sieh mit der Wüß! Weiterboden! Ein Kanate! Ich habe einen! Sieh mit der Wüß! Bein mit Schrotflitte unterwegs! Passt auf! Wir müssen in Deckung gehen! Neutralisiert! Da kommt einer mit einer Schrotflinte! Neutralisiert! Flirt bewegt sich! Vorsicht! Feuer! 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 Wir sind unter dem Verfahrensbruch! Lusslich! Okay! Immer weiter runter! Und haltet die Augen offen! Feuer! 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 Mist, bin er! Bin unterwegs! Schrotflinte auf dem Feld! Vorsicht! Kango will vorrücken! Wir gehen auf Leidseite! Einer ist ungeweckt! Leidgranate! Und bleib liegen! Pasch doch auf! Jetzt! Scheiße, wir sind unter schwerem Beschuss! Fallen am Boden! In der Nettung! Jetzt sind sie am Boden, die Haarschlecher! Hinwein! Feuer frei! Krambleiben! Sonst fällt sie auf Kraft! Bin unterwegs! Los, Sperrfeuer! Werden aus und in die Frontlinie! Alle Waffen! Und bleib liegen! Verdammte Scheiße! Vorsicht! Das dann geht an! Wartet auf uns! Los, Sperrfeuer! Sperr! Aufreißer Egen! Lade nach! Feind im Anmarsch! Feinder Bogen! Vorsicht, schrutschelt den Anmarsch! Feind im 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 Anmarsch! Ich bin unterwegs. Ich hoffe, Hilfe! Geht in Deckung! Los, Sperrfeuer! Vorsicht! Das NG da unten wartet auf uns! Los, weiter! Geh aus seiner Schusslinie! Scheiße, wir sind unter schwerem Beschuss! Granate raus! Sie wird nervös! Bedrohung eliminiert! Seid am Boden! Wir haben eine Bremse geraten, Leute! Granate! Bleib aus! Du bist aufgeregt! Sperr! Du bist aufgeregt! Vielen Dank.